Das Hotel Aledune Club liegt in Marina di Castagneto in Toscana und Elba. 25% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 14 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,5 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 14 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport- und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogramm. Bewertet werden diese mit 3,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 3,8 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,7 von 6 Sonnen. Service Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,6 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,5 und 6 Sonnen bewertet. Gastronomie Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2,6 von 6 Sonnen für die Küche. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.